hallo und herzlich willkommen bei claudias beauty box es ist ja es ist montag 14 uhr und das bedeutet es gibt eine neue ausgabe von hot oder schrott letzte woche ging es mir überhaupt nicht gut deswegen musste ich das ausfallen lassen ich hatte überhaupt keine motivation mich irgendwie zu schminken ich lief also hier rum wie huibu das schloss gespenst aber naja hat mich ja keiner gesehen dann war es auch nicht so schlimm dafür mache ich diese woche aber etwas ganz cooles ich war beim arzt und daneben ist ein tk max so und da habe ich das hier gefunden das ist eine kylie palette und zwar heißt die das steht hier vorne drauf stessi ich hab dich auch nicht gefragt alexa stessi x kylie kylie jenner press powder palette ok kostete statt der stadt steht gar nicht drauf aber kostet 17 99 und dann habe ich gedacht okay für 17 99 probierst du die war aus ich habe von kylie glaube ich nichts der hype ist an mir vorbeigegangen gott sei dank ich weiß es nicht jedenfalls wollte ich diese dekadente familie eigentlich nie unterstützen deswegen habe ich gedacht okay für 17 99 ist es in ordnung also was ich hier sehe sind nette töne ein blau pink braun schema also man kann neutrale sachen schminken man kann es natürlich auch ein bisschen baby-like machen ich finde auch diese pose von den beiden nur sex sells i don't know ich schiebe das wert von mir weg naja ich habe jedenfalls überlegt ich werde heute natürlich in dem blau ton bleiben habe mich heute auch passend dazu angezogen wird ein bisschen neutral dazu kommen mal gucken vielleicht habe ich auch plötzlich dann das mit dem pinken glitter auf dem auge zu hauen man weiß es nicht bei mir weiß man das sowieso nie und so also schauen wir mal ganz gut ich nehme jetzt erstmal ein puderpuffel und mache mir meine fette entfette mir mal meine augen wieder da habe ich im moment echt probleme mit das ist der von cc das zeug muss ich auch mal aus auf brauchen bei auf brauchen das ist ganz schlimm gerade ich habe viel zu viel eingekauft aber ich hatte nichts anderes außer online shopping ich bin ja hier recht isoliert ich kümmere mich um meine eltern und ja ansonsten mache ich eigentlich fast gar nichts und das ist nicht gut aber ich kann das moment nicht ändern und deswegen hat ich auch ziemliche probleme was meine psyche angeht ganz klar im winter ist es sowieso immer schwierig aber naja ok genug zu mir gehen wir zur palette ich nehme einen fluffy pinsel mal und werde jetzt mal etwas ausprobieren was ich bei einem anderen video von einer kollegin gesehen habe und zwar möchte ich das jetzt mal ein bisschen mehr ja punktuell machen ich will jetzt mal ok das ist ok naja wir fangen einfach an ich trage mir einfach ein bisschen braun erst mal aufs auge um hier eine grundlage zu schaffen meine güte das habe ich schon lange nicht mehr gesehen liegt vielleicht daran dass die palette wahrscheinlich etwas älter ist auch dann trocknen die natürlich ein bisschen aus aber so ok zum setten ist das ok dann nehme ich den dunklen braun ton hier mal oder hat auch ok ich mache einfach mal ein bisschen hin und her ok ich teste ja die palette und nicht ob ich schminken kann wenn mir das manche vielleicht absprechen wollen aber doch ich kann das für mich reicht's so oder hate das war eine hate ist mir egal so das sieht schon mal ganz nett aus ich finde hier habe ich fast wenig aufgetragen nehmen wir mal ein bisschen mehr so ok so jetzt nehme ich einen anderen pinsel ich habe alle meine pinsel gewaschen jetzt kann ich aus dem fall ich sehe gerade hier habe ich einen vergessen ah gehst du weg gehst du weg nicht gleich ich benutze boah hier ist ähm hier ist auch fallout des todes übrigens mein gott puh naja ok also ich nehme einen etwas fester gewundenen und gehe lass mal schauen in diese farbe rein boah meine güte ich versuche mir das mal hier aufs Auge zu geben wohlgemerkt es ist hellblau es ist sehr hellblau es ist nebelblau anscheinend ja hier bei den anderen blauton mein gott die krümeln wie verrückt echt wow ok ich versuche es mal ein bisschen zu pressen mit blenden ist hier nichts wow das ist eine scheiß pigmenti ähm ja eine ich glaube die kann man nicht mehr aufbauen ich versuche es mal hä ich nehme ein bisschen rosa das dunkle direkt na vorgemerkt es sind gute pinsel himmel himmel ihr seht mich fassungslos wirklich fassungslos durch den tag ok die matten töne sind also ja ok ich mache ein bisschen glitzer aufs Auge so ich fange hier hinten mit ein bisschen braun an wir gucken einfach mal was das hier so gibt ich komme extra näher ran damit ihr das seht das ist der dunkle ton hier übrigens dann nehme ich den blauton der ist so ein fake duochrome ok der ist relativ da aber der krübelt ma ok also ich bin mir jetzt nicht sicher wie alt die Palette ist ich möchte ja der Frau Jenner nicht absprechen dass die da hat was gutes auf den markt gebracht hat aber im jahr 2023 scheint das irgendwie für den Pudex zu sein die hat ja überhaupt keine pigmentierung das ist ja grauenhaft ich habe mal eben einen anderen Pinsel um hier diesen fallout wegzumachen wow ok ok ich nehme einen flachen Pinsel gehe mal in diesen Moveton rein und mache den mal unter das Auge also ich habe ja auch einige Pastell Paletten ne aber das ist nicht mal eine Pastell Palette das ist einfach nur nicht so schön ok ich nehme mir den ganz hellen Glitzer Ton hier und versuche mir den mal aufs boah ich fühle es krümeln da seht ihr es auch mei ne 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 boah das krümelt und krümelt und krümelt und krümelt ich fühle es ich fühle es fallen ok jetzt könnte man sagen ok dann muss man das halt mit Eyeshadow Base auftragen aber jetzt mal ganz ehrlich so teure Paletten ich weiß nicht was sie im original gekostet hat also 17 Euro ok aber wenn ich gewusst hätte wie die ist ne guck mal wie ich aussehe ne ne wo ist der Pinsel wow wow übel 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 Entschuldigung mein Gott ok u ich habe unter das andere Auge nicht gemacht ich bin total verwirrt na Moment ich habe hier noch nichts gemacht oder? oder hatte ich da gemacht? man sieht es nicht man weiß es nicht ich habe meinen Blauton ne da ist ja gar nichts das ist äh no ihr seht mich wirklich fassungslos das ist äh ich nehme nochmal den pinken Glitzer ne der ist ein bisschen duochrom und der dunkle boah der krümelt nur uff uff ha das ist äh nein nein tut mir leid also das ist wirklich eine Qualität die kann man dir die Tonne kloppen so aber ihr kennt mich ich rette das jetzt mal ein bisschen so ich nehme erst mal mein Läppchen damit ich mir hier nicht alles voll krümel meine Güte ne das ist nix also wenn ich jetzt hier jemanden auf den Schlips trete der sagt was die Kylie Paletten die sind echt der geilste schick aber wunderbar äh ich kann nicht schminken und äh zeig das mir bitte zeig mir zeig mir zeig mir Videos äh ich werde natürlich auf die Suche gehen ob jemand anders die auch mal geschminkt hat weil das ist die Hölle es ist wirklich meine Güte was habe ich denn hier jetzt habe ich hier Glitzer unterm Fingernagel na toll äh äh naja es sieht es sieht ja aber nicht für eine teure Palette nein das sowas erwarte ich bei Essence oder bei 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 Catrice oder noch schlimmer Rival loves me de loup hast du nicht gesehen aber das ne nicht von der Kylie Jenner äh milliardentussi ne 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 äh ich mache jetzt erstmal ein bisschen Lippen äh Lippenstift sie ihr verwirrt das verwirrt mich total ähm ein bisschen Lippentusche drauf dass meine Augen nach irgendwas aussehen wow krass also das hatte ich schon lange nicht mehr in den Zeiten wo äh Bella Donner und ich geschminkt haben noch da hatten wir ab und zu mal so ein Megafail aber das ist jetzt echt boah übel übel ich kann nicht mal meine Wimperndusche auftragen was ist denn jetzt los oh Gott ok ja hm hm ziehen wir mal die Brille an ja ich gehe heute um geschminkt nein ah man man sieht es aber es ist ne das ist absolutes no go Frau Jenner so ich nehme meinen Blushpinsel und äh ja ich wollte eigentlich helle Töne jetzt nehmen immer die dunklen und hab jetzt auch keine Lust ja so ein bisschen Gesicht in mein Gesicht zaubern so ja ja das sieht schon besser aus dann nehmen wir noch Highlighter ok so und zum Lippenstift was tragen wir uns denn heute auf ich möchte mich wohlfühlen dann nehme ich mein Liebling meine Liftergoss 005 Petal ja mal ordentlich rühren so ok ihr Lieben so fällt schon alles hin ist ihr müsst meinen Tisch sehen der ist echt ja ok so äh Schrott Schrott ich weiß nicht ob es am Alter liegt ich weiß nicht ob es woran es liegt aber die Pigmentierung ist der größte äh shit ähm tut mir leid dass ich solche Wörter hier benutze aber das ist äh also ich habe von Catrice die My Little Pony Palette das ist auch eine ähm sehr pastellige Palette äh von Natascha fange ich gar nicht erst an aber die 95 Catrice Palette hat einen besseren bessere Pigmentierung bessere Auftragbarkeit bessere Haltbarkeit wahrscheinlich auch als dieser äh ja da hatte ich null Fallout übrigens das hier wandert weiter definitiv ähm möchte die jemand mal ausprobieren bin ich vielleicht zu dumm dazu das aus zu aufzutragen ich weiß es nicht also meldet euch gerne in den Kommentaren wenn ihr die mal ausprobieren möchtet ich schicke die euch zu weil bei mir bleibt die definitiv nicht ich werde dazu niemals wieder greifen so ihr lieben das war's für diese Woche tut mir leid es ist jetzt so eine schimpfterade geworden aber nee 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 nicht Frau Jenner so ihr lieben ja passt bitte auf euch auf bleibt oder werdet bitte gesund das ist das aller aller wichtigste und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wenn es wieder heißt Hot oder Schrott nächstes Mal wird es von mir ein Nabla Full Face geben weil ich hatte mir diesen 12 Tage Adventskalender von Nabla gekauft und auch ähm als jetzt bei Purish die ganzen Sachen so reduziert waren habe ich mir eine Foundation gekauft einen Concealer und sowas also ich bin voll ausgestattet ich werde ein nächstes Mal ein Full Face Nabla ausprobieren ich hoffe das geht sich anders aus als dieses hier wobei ich liebe diesen Blush ne der ist ja toll ok mein Lippenstift ist toll und meine Wimpern auch ok ihr lieben bis zum nächsten Mal eure Claudie muach